Hallo, liebe Werder-Fans! Ich habe heute die große Ehre, den Wiesenhof-Expertentipp abzugeben. Auch wenn ich mich in Tippen nicht gerade als Experte sehe, werde ich es trotzdem probieren. Ja, Spitzenspiel München gegen Borussia Dortmund. Tippe ich auf ein 2 zu 1 für die Bayern. Schalke 04 gegen den 1. FC Köln, ebenfalls ein 2 zu 1. Bayer Leverkusen gegen Augsburg, da denke ich, das wird ein 1 zu 0. Borussia Mönchengladbach gegen Wolfsburg. Gladbach ist im Aufschwung, Wolfsburg immer unangenehm. Da tippe ich auf ein 1 zu 1. Hertha BSC gegen Hamburger SV. 2 zu 0. Hoffenheim gegen Stuttgart. Baden-Württembergische Derby. 2 zu 2. Ingolstadt, Eintracht, Frankfurt. Die Ingolstädter sehr unangenehm. Frankfurt auswärts noch nicht ganz so stark. Ich denke mal, das wird ein unentschieden. Torlos. Darmstadt gegen Mainz 05. Tippe ich auf ein 0 zu 1. Hannover 96 gegen Werder Bremen. Beide Mannschaften unter Druck. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir in Hannover gewinnen werden. Von daher tippe ich auf ein 1 zu 2. Vielen Dank und eine Unterschrift noch von mir. Tschüss. frühjetzt. ... ... ...